Am Rande der Altstadt liegt das Sigma-Zentrum, eine der führenden privaten Fachkliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin. Patienten aus ganz Deutschland und der Schweiz kommen hierher. Und auch alle, die sich zunächst einmal beraten lassen wollen, weil sie sich psychisch unwohl fühlen, sind hier richtig. Für sie ist das hauseigene Früherkennungszentrum die richtige Anlaufstelle. Die Atmosphäre der Anlage, die beinahe wie ein modernes Hotel wirkt, ist wohltuend. Hier ist ein idealer Ort, um Achtsamkeit, Anerkennung und Ausgeglichenheit zu finden. Und die medizinisch-psychologische Betreuung ist herausragend. Unterschiedliche Fachbereiche arbeiten eng zusammen und umsorgen jeden Patienten ganz individuell. Das ganzheitliche Konzept spiegelt sich auch in der umfangreichen medizinischen Ausstattung für Diagnostik und Behandlung wieder. Auch dann werden körperliche Begleiterkrankungen dazukommen. Im Zentrum der Behandlung steht das vertrauensvolle Gespräch mit dem Einzeltherapeuten oder in der Gruppe. Musiktherapie Kunst- und Gestaltungstherapie Ergotherapie und Arbeit am Tonfeld Meditieren Und Sport Schwimmen Gemeinsames Wandern im schönen Südschwarzwald helfen mit belastenden Erfahrungen fertig zu werden und wieder ins Leben zurückzufinden. Musik Und wer gesund werden will, muss auch gut und ausgewogen essen. Die feine Küche des Hauses stellt sich auch auf persönliche Verträglichkeiten und Diäten ein. Musik In jeder Hinsicht steht die Gesundheit im Mittelpunkt. Musik Menschen finden hier Zeit für die Seele und neue Perspektiven. Musik 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 Musik